Wir sind Backstage auf der Hauptbühne, kurz vor dem Auftritt von Hecht. Die letzten paar Sekunden nehmen wir mit, sie rufen sich noch schnell umarmen und sie rufen auch noch etwas. Und jetzt geht's ab auf die Bühne, nach drei Wochen spielen sie den ersten Gig und ich glaube sie sind richtig heiss drauf auf diesen Auftritt. Was für eine Stimmung hier aussen, wir geniessen sie jetzt hecht auf der Bühne hier in Setziken. Das ist ein Gehirn zum Beispiel. Was ist die Zürich? Was ist die Zürich? In der Schlange sind sie die Zürich?